Isis Isis Hören Sie jetzt mal auf Isis Was ist jetzt? Eingreifen oder nicht? Keine Ahnung Können wir nicht erst mal Ursachenforschung betreiben Oh Gott Sie, Isis verstehe Man kann das Böse nicht verstehen Man kann es nur bekämpfen Indem man rechtzeitig eingreift Ah, verstehe, wie die Amerikaner Damals im Mittleren Osten Ja, gut, super, spielen wir das ganze doch nochmal nach Guck mal, wir stellen uns vor Sie sind Amerika Viel Spaß, so, wir gehen zurück in der Geschichte Und zwar in die Geschichte Des amerikanischen Eingreifens So, gucken Sie mal Können Sie das, können Sie das erkennen? Kommen Sie, reißen Sie ein bisschen zusammen Für mich ist die 6. Stunde hier So So Also, wir begeben uns ein bisschen zurück Ins Jahr, sagen wir mal 1953 Im Iran Regiert das Böse Mohamed Moussadek Was? Der Mann war Rechtsanwalt Sag ich doch Das ist das